Der Blick nach Moskau zu unserem Russland-Korrespondenten Christoph Wanner. Guten Morgen Christoph. Lass uns einmal auf die Verluste aus russischer Sicht blicken. Immer mehr Orte, oder einige zumindest, stehen wieder unter ukrainischer Kontrolle. Wie genau ist das zu erklären, dass Russland es eben nicht schafft, besetzte Gebiete dauerhaft zu besetzen? Ich denke mal, dass einfach die Ukrainer momentan einen moralischen Schub haben, wenn man das ganz vereinfacht sagen will, es läuft. Sie sind bestens ausgerüstet, dank der westlichen Militär- und Finanzhilfe. Dazu scheint tatsächlich auch die Moral zu stimmen. Und dieses Momentum nutzen die Ukrainer aus. Und sie sind auch von der Manpower, also von dem Personal, von der Anzahl der Soldaten, den russischen Truppen überlegen. Sie haben viel mehr Männer unter Waffen. Und jetzt versuchen die Russen eben durch ihre Teilmobilisierung, das wettzumachen. Und sie sind gerade an der Front in extremer Not. Anders kann man das nicht formulieren. Es brennt nicht nur im Nordosten, wo wir jetzt immer von Liman gesprochen haben und wo sich jetzt die Front weiter nach Osten verschoben hat, an die Linie Svatera-Kriminaia. Und diese Stadt Kriminaia im Gebiet Lugansk wird jetzt auch schon beschossen. Und man muss immer im Hinterkopf haben, dass diese Gebiete in den Augen des Kreml-Chefs jetzt schon russisches Staatsgebiet sind. Also das soll nochmal die Brisanz der Lage unterstreichen. Und es ist auch im Süden mittlerweile wieder äußerst brenzlig geworden für die Russen. Und zwar im Gebiet Kherson am westlichen Ufer des Dniepers rücken die Ukrainer vor und haben da wohl auch eine Lücke in die russischen Verteidigungslinien schlagen können und rund 30 Kilometer Land gut machen können. Das zumindest berichten russische Kriegsreporter über Telegram und zwar unisono. Also eine wirklich äußerst schwierige Lage, in der sich die russischen Streitkräfte im Augenblick befinden. Noch mehr News, die gibt es bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.